Intro Moins und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic Wir sind wieder in der Villa und es geht weiter mit den Science Fiction Türen An der Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis Der Mod Support ist jetzt im Spiel, naja, noch nicht so ganz Er befindet sich gerade in einer Beta Test Phase Man muss dazu den Beta Branch des Spiels aktiviert haben Das mache ich noch nicht, ja, ich warte bis dieser Mod Support wirklich komplett und offiziell drin ist Es gibt momentan auch nur drei Mods, die aktuell auch nur von den Entwicklern kommen Das dient einfach nur dazu, um dieses System zu testen Ja, also es gibt noch gar keine wirklichen richtigen Mods, die jetzt wirklich zahlreich sind Die auch irgendwie sinnvoll sind Es gibt irgendwie so ein Real Pack Und dann gibt es nochmal, dass man die Sachen wie Buttons und so, dass man die irgendwie als Objekte platzieren kann Genauso, dass man die Werkzeuge, die man hier hat, zum Beispiel das Connect Tool oder so, dass man die auch als Objekte in der Welt platzieren kann Das sind so die einzigen Mods, die es jetzt momentan gibt Das ist relativ uninteressant, deswegen lohnt sich das Feature auch noch nicht Ich will das Risiko nicht eingehen, dass ich jetzt auf den Beta Branch wechsle von dem Spiel Und dass dann manche Sachen einfach wieder nicht funktionieren, ja, dass dann vielleicht die Welten nicht mehr gehen und so, wenn ich die lade Das will ich jetzt nicht riskieren, deswegen werde ich dieses Mod Tool oder diesen Mod Support erst ausprobieren Wenn das wirklich, 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 wirklich 100% final ist Nur nochmal so als Hinweis, weil mir da schon einige den Hinweis gegeben haben, dass das jetzt rausgekommen ist Nun geht es aber erstmal weiter mit unserer wunderschönen Science Fiction Tür Da sind wir ja schon relativ weit gekommen Das einzige, was eigentlich noch fehlt, ist, ja, so ziemlich der Öffnungsmechanismus und sowas alles, ne Also, der Mechanismus im Sinne von, dass ich eine Tür von beiden Seiten aufmachen kann und solche Geschichten Das fehlt jetzt gerade noch so ein bisschen Ähm, da müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt bewerkstelligen Also, ich finde ja, für den Moment ist es okay, wenn die Tür mit einem Knopf aufgeht Das mit Sensoren öffnen, das birgt immer so ein bisschen das Risiko, dass man sich da erst richtig hinstellen muss Bevor die Tür aufgeht Und dann muss man ja auch wieder die Sensoren irgendwo verstecken Dass die halt die Tür auch vernünftig öffnen und nicht irgendwie Und dann muss man auch wieder dafür sorgen, dass die Tür auch eine Weile offen bleibt und so Das ist mir jetzt alles zu kompliziert Ich mache das jetzt einfach mit Knöpfen Ja, und hier oben haben wir ja auch noch Genau, das müssen wir auch noch machen, das fällt mir auch gerade noch auf Hier oben müssen wir ja noch ein bisschen was zubauen, fällt mir gerade mal so auf Ich nehme jetzt mal den Lift und fahre mich mal so ein bisschen nach oben Dass ich quasi die obere Seite der Tür sehen kann Und dann schauen wir mal von da aus Genau, jetzt sehe ich die obere Seite Jetzt baue ich hier erstmal noch eine kleine Reihe nochmal oben drauf auf die Tür Ja, das muss jetzt sein an der Stelle Die ist mir eine Idee zu niedrig einfach Habe ich es jetzt? Ja, jetzt habe ich es Gleiche machen wir hier drüben auch Auch gegenüber hier an der Stelle Komm schon, dreh dich richtig, dreh dich richtig Jawohl Wie gesagt, es wird von mir auch ein Mod-Format geben Das habe ich ja schon angekündigt Das Problem ist halt nur, es muss erstmal wirklich final sein, dieser Mod-Support Ja, der ist momentan halt einfach noch Das ist mir noch zu Beta Ja, ich habe keine Lust da irgendwie dann ein Risiko einzugehen Um dann irgendwie was zu verlieren oder so, was ich gar nicht verlieren möchte Ja, zum Beispiel eine Welt oder so Gott, was mache ich denn hier? Wartet mal Zum Beispiel irgendwie eine Welt oder so Ja, das muss ja nicht sein, dass man irgendwas verliert bei der ganzen Aktion Deswegen bin ich da lieber ein bisschen übervorsichtig an der Stelle Und warte lieber, bis das Ganze so wenigstens halbwegs final ist Bis die Entwickler das quasi absegnen Und sagen, das funktioniert bugfrei und so Ja, das ist ja momentan noch nicht der Fall So, jetzt machen wir mal hier oben, würde ich sagen, schon mal dicht So, genau Dann haben wir nämlich oben auch nochmal eine Position, die das Ganze in Position hält Wenn ihr versteht, was ich meine Also wir haben Blöcke, die das Ganze in Position halten So, jetzt muss ich nochmal gucken Geht jetzt noch alles auf und zu? Ist jetzt noch alles okay? Schauen wir mal Sieht noch gut aus, ne? Funktioniert alles So, das müssen wir natürlich auch einfärben da oben Die Blöcke, die wir jetzt gesetzt haben Und zwar werden die weiß gefärbt Einmal da hin und einmal da hin Und dann, oh, Moment Weiß und weiß Na, da ist wieder das Licht im Weg Jetzt weiß und auf der Seite hier auch Genau, die Tür ist ja hier auf der Seite noch gar nicht eingefärbt Fällt mir mal gerade so auf So 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 Und so Das hier ist ein bisschen komisch, dass da so ein Loch drin ist Aber ich sag's mal so, das lass ich jetzt einfach erst mal da Huch So Genau, und die Dinger hier sind auch noch nicht eingefärbt Mann, was hab ich denn da gemacht? Was hab ich denn da letztes Mal gemacht? Das gibt's ja gar nicht Ist ja auch schon wieder zwei Wochen her jetzt mittlerweile Seit ich das letzte Mal an den Türen gebaut hab So, genau Wunderschön So, jetzt brauchen wir natürlich hier auf der Seite auch noch ein Knöpfchen Damit wir das Ganze aufmachen können Hier hab ich das Knöpfchen links hingebaut Das sieht aber schon auch ein bisschen komisch aus Wartet mal Obwohl, naja, das hätte ich jetzt auch lassen können Was machen wir denn? Wartet mal, wie färben wir den denn ein? Wir nehmen mal einen roten Knopf Obwohl, nee, wartet mal zum Öffnen Wir nehmen mal einen grünen Knopf Oder wir nehmen mal einen blauen Knopf Schön, wie schlüssig ich jetzt wieder bin, ne? Ich bin wieder so wahnsinnig schlüssig heute Das ist der unglaubliche Wahnsinn Ihr hattet mir auch irgendwie geschrieben, wie ich das hinkriege, dass sich die Riegel so entsprechend zeitversetzt öffnen Das ist jetzt aber schon wieder so lange her, das hab ich schon wieder vergessen Wenn sie jetzt nochmal nachgucken müssen Egal Das kriegen wir auch noch irgendwann hin Dass das funktioniert Dass das vernünftig funktioniert, ja Hey, wartet mal Brauch ich eigentlich diese Blöcke hier? Die stehen so komisch über Die brauch ich doch für gar nichts, oder? Wartet mal Ich muss nochmal die Tür zumachen Genau, guckt mal Die werden hier gar nicht gebraucht Die können wir weglöschen So Und hier auf der Seite auch Genau Es wird gar nicht gebraucht Da, seht ihr mal Da haben wir gleich schon ein bisschen Platz nach links und rechts gespart Genau Oh, guckt mal Da oben hab ich was vergessen einzufärben Das müssen wir jetzt noch schnell machen So Und so Und da auch So, genau Ey, wartet mal Mir fällt da gerade was auf Guckt mal Hier ist der Die Decke ist versetzt Hier oben Das ist natürlich falsch, ne Das darf so nicht sein Moment Da müssen wir mal nachkorrigieren Und zwar mit diesen Blöcken Das soll ja hier Vernünftig aneinander passen Bin schon gewundert, ey Was da oben los ist So geht das ja nicht hier So, das sollte jetzt passen Geh ich mal schwer von aus Das färben wir jetzt ein Weiß natürlich Ja, ich weiß Ja, ich weiß Aber eigentlich könnte man hier in der Mitte Durchaus noch mal so eine kleine Schiene hinbauen Dass das noch mal so ein bisschen So ein So ein Tech-Charakter bekommt Hier an der Stelle Das mach ich jetzt auch Bauen da jetzt noch so eine Schiene ein Das ist alles für den Look Kann ich das Kann ich das treffen Den Punkt da Ja Jetzt muss ich nur gucken Dass ich Ah nein, ich hatte es doch gerade Scheiße, da war es Jetzt genau so So Flupp 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 Und jetzt von hier am besten Genau so Und jetzt einfärben Natürlich rot Ich mach es natürlich weiß Oh, das ist mal rot Ach, da hinten komm ich jetzt wieder nicht hin in die Ecke Moment, dann müssen wir das wieder mal Weglöschen Einfärben Das gleiche hier drüben auch Weglöschen Einfärben Platzieren So Und Einfärben 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 Das ist übrigens auch neu Das ist dem Wagger aufgefallen Rechts sieht man ja wie Am Paint-Tool Die Farbe Aus Oder angezeigt wird Bei den kleinen Zylindern da Die man gerade ausgewählt hat Das ist tatsächlich auch neu Ja Das Das heißt neu So neu ist das auch schon nicht mehr Aber es ist recht aktuell noch Ich mach das doch mal rot Den Knopf Das passt besser zu der ganzen Türgestaltung Irgendwie Das sieht doch gut aus Guckt mal Das sieht gut aus Ich find das cool Eine wunderschöne Science-Fiction-Tür So Jetzt muss ich nochmal gucken Hier drüben Sieht eigentlich auch alles gut aus Ich färb mal noch den Rahmen hier komplett weiß ein So Da oben auch Und hier unten auch Jetzt muss ich nochmal grad gucken Hier gibt es ja jetzt auch noch so ein paar Blöcke Aber seht mal Hier gibt es einen Block Aber hier nicht Jetzt frage ich mich natürlich Hat das einen Sinn? Ich muss das Ganze mal auf den Lift nehmen gerade Und mal gucken Wie sieht das eigentlich von unten aus? Ne das hat gar keinen Sinn Das kann man theoretisch zumachen Das mach ich jetzt auch Ich mach das jetzt zu So Genau Weil das ist ja komisch Wenn man dann da so über so einen Schlitz drüber läuft Das soll ja nicht so sein Eigentlich So Dann löschen wir das mal vom Lift Und gucken mal ob es funktioniert noch Ja Irgendwie ist es gerade ausgerastet die Tür Aber warum auch immer Ich weiß jetzt nicht warum Wahrscheinlich weil sie kurz auf dem Lift stand So Hier machen wir mal auch noch das Ganze weiß Sieht doch nice aus oder? Eine richtig coole Tür ist das geworden So Jetzt brauchen wir hier natürlich wie gesagt Noch einen Knopf auf der anderen Seite Damit wir hier noch aufmachen können das Ganze Genau Auf der Höhe Wunderschön Der wird natürlich auch wieder Rot eingefärbt Rot Und jetzt ist die Frage Jetzt kommt die Kür wieder Jetzt brauchen wir Einen Logikblock Der definiert Dass wir die Tür von beiden Seiten Auf und zu machen können Und den Logikblock Wo setze ich den am besten hin? Den können wir ja da oben in die Ecke setzen Tatsächlich Ist ja egal wo wir den hinsetzen So jetzt machen wir erstmal einen Input In den Logikblock Moment Ich muss den Logikblock mal so setzen Dass ich sehe wie der schaltet Also dass ich die Lampe sehe vom Logikblock Ja genau so Genau so So sehe ich die Lampe Das ist sehr schön Und dann bewegen wir mal den Penüpel dahin Und den Penüpel dahin So Jetzt schauen wir mal Active if all of the link triggers are active Active if any of the link triggers are active Ich glaube das muss ich nehmen Tatsächlich So jetzt müssen wir mal schauen Wenn ich jetzt durchgehe Und hier die Ah ne genau Ne if only one is active So war das genau If only one of the link triggers is active Genau Das heißt nämlich Wenn ich hier drücke Müsste die Tür sich eigentlich schließen Glaube ich Oder Ah ne kann sie ja nicht Sie kann ja gerade nicht drauf reagieren Ich muss ja erstmal das Abwählen hier an der Stelle Sonst geht das ja gar nicht Äh Ah ja stimmt Ja ich muss ja den Logikblock auch noch verbinden Ahahaha Ja 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 genau so Alles klar Wunderschön So jetzt habe ich natürlich Insofern ein Problem mit dem ganzen Setup Jetzt sind die Türen ja geschlossen Wenn hier eine grüne Lampe leuchtet Und jetzt gehen sie auf Wenn hier die rote Lampe leuchtet Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein Geht das denn wenn ich sage Wenn ich sage XN Ohr Ist das vielleicht die richtige Schaltung Ja scheint so Mal gucken Hier ist jetzt aber auch grün Wenn wir jetzt hier ausmachen Wenn wir jetzt hier auch ausmachen Ja da geht er natürlich wieder auf Wie kriegt man das denn hin Dass die Tür nur dann offen ist Wenn grünes Licht ist Kriegt man das überhaupt hin Man müsste ja dann dafür sorgen Dass der Schalter sich aktiviert Das geht ja nicht Man kann den Schalter ja nicht In die andere Richtung aktivieren Der muss ja grün werden quasi Wenn hier der Knopf gedrückt wird Das geht ja nicht Ach wisst ihr was Ich finde das schon okay so wie es jetzt ist Das ist schon gut so Wir müssen es nicht übertreiben glaube ich Und wahrscheinlich wird es jetzt den ein oder anderen geben Der sagt doch übertreibe Du musst das zeigen Du musst das zeigen wie es geht Aber ich glaube so Ohne weiteres geht das gar nicht Zumindest nicht mit zwei Knöpfen Ich glaube da müsste ich zwei Buttons nehmen Egal Wisst ihr was Das ist mir jetzt Wurst Ich bin jetzt zufrieden Dass wir die Tür jetzt hier gebaut haben Was noch fehlt ist Das Signal Was hier reingeht Hier unten Wenn die Tür aufgeht Müssen wir mal entsprechend Hier noch Einmal einen Block hinlegen Oder eine Verbindung Und dann da noch Und Da noch Und dann von da nach da Und von da nach da Und von da nach da Die Lichteffekte da unten Die sollen ja noch aktiv sein Das ist klar So dann schauen wir doch mal Wenn wir jetzt drücken Genau Dann leuchtet das Licht Aber wir können hier ruhig Ein bisschen eine Verzögerung eingeben Wie lange dauert das eigentlich Bis die Tür aufgeht Wartet mal Nochmal testen Eins Zwei Drei Vier Fünf Fünf Sekunden Ein Delay von fünf Sekunden Moment das sind Ticks Ne Moment das sind Sekunden War schon richtig Fünf Und Fünf Und Fünf Und Fünf Genau Haha So jetzt warten wir noch kurz Bis der sich beruhigt hat da Drücken wir nochmal Genau Die Schließzeit ist natürlich ein bisschen schneller So jetzt müssten sie sich alle beruhigt haben Nochmal hier gucken Ja Alles klar So jetzt drücken wir nochmal Und öffnen die Tür Ja das sieht doch gut aus Guckt mal Habe ich hier mehr eingestellt Ja hier habe ich sechs Sekunden eingestellt Ich blöd Mann Es sind auch noch fünf Sekunden Habe ich hier auch irgendwie zu viel eingestellt Ne Okay Okay da müssen wir nochmal jetzt gucken Das soll ja auch passen Aber theoretisch könnte ich da auch vier Sekunden einstellen Das ist glaube ich auch genug Also noch einmal Zwei Drei Vier Ja wir haben vier Sekunden reichen auch Vier Sekunden Delay ist okay Und wie gesagt Das hat hier gerade noch keine Funktionen so richtig Das ist einfach nur Schau Ja dass dieser Timer Countdown halt abläuft Genau dann Wenn die Tür offen ist Sozusagen Wobei es natürlich auch cool wäre Wenn sich das Auseinander ziehen würde Wenn Also wenn das hier auseinander gehen würde Wenn die Tür aufgeht Das wäre auch cool irgendwie Schauen wir mal Und nochmal Ja ich glaube andersrum ist cooler irgendwie oder Wenn das sich so nach außen bewegt Dazu Muss ich aber die Blöcke drehen Wartet mal Da muss ich die Timer umdrehen nochmal Da waren die Timer Genau So Da müssten wir jetzt den löschen Und dann entsprechend So Mal schauen Ist das jetzt Wenn wir jetzt vier Sekunden einstellen Klappt das so Nicht fünf Sekunden Mann wie das immer nachrutscht Na Ja ich glaube das ist cooler Oder Weiß es nicht Ne wartet mal Das war schon richtig wie Es war schon richtig gedreht Moment Ich bin doch blöd wieder Ich mach es wieder total falsch Ich mach wieder alles kaputt gerade Wartet mal Ich muss jetzt aufpassen Dass ich nichts falsches tue hier Moment Moment Ich muss das jetzt mal gerade abstrahieren Nochmal ganz kurz angucken Was passiert jetzt Wenn wir es normal eingestellt haben Also wenn ich zumache Genau Geht das von da los Und geht hier hin Wenn ich es aufmache Was passiert dann Ich muss einfach nur hier Die Blöcke invertieren Kann das sein Ich muss hier einfach nur Auf N-Ohr gehen Hier auch Mal schauen Ob das richtig ist Ja guckt mal Das ist richtig So ist das korrekt So wenn ich jetzt aufmache Genau Jetzt ist es so schade Dass das nicht Sich in die Richtung entlädt Wenn sie aufgehen Irgendwie Also das ist schon cool Wie sich das so aufbaut Jetzt hier Wie sich das vor allem In Richtung Tür Spalt aufbaut Ich hätte das gerne So wie so eine Lichtschranke Ach egal Egal Wir lassen das jetzt so Das ist glaube ich jetzt ein Ein unnützes Detail Vielleicht wisst ihr ja die Lösung dafür Einen Moment Auf N-Ohr muss ich ja gehen Ja genau So Wunderschön Ich würde sagen Das nehmen wir jetzt schon mal In der Form Aufm Lift Und dann speichern wir das schon mal Würde ich sagen An der Stelle ist jetzt auch Erstmal die Folge zu Ende Wir haben es jetzt erstmal Zu einem Abschluss gebracht Das Türprojekt Die wird jetzt wie gesagt Abgespeichert Im Workshop hochgeladen Und dann werde ich die mal Hier einbauen Und mal gucken wie die dann In Praxisbetrieb funktioniert Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic Bis dann Ciao 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 Ciao